Sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen Ihnen ein fröhliches und gesundes neues Jahr. Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit den EWAS News mit vielen spannenden und wertvollen Insights. Im heutigen Newsletter Industrie 4.0 fokussieren wir uns auf neue Produkte, Prozesse und die digitalen Services. Schreiben Sie uns, liken Sie uns oder rufen Sie einfach an, damit wir gemeinsam mit Ihnen zukunftsfit bleiben.